Es war eine kalte Nacht in den Straßen von Chicago, und der Wind wehte scharf um die Ecken und hallte durch die verlassenen Gassen. Pater Michael Collins, ein hochgewachsener Mann mit heiterer Miene, rückte seinen dicken Mantel zurecht, während er zurück zur Gemeinde eilte. Die Gemeindeversammlung an diesem Abend war lang und anstrengend gewesen, aber der Gedanke, sich in seinem Zimmer auszuruhen, wärmte seine Seele ein wenig. Als er den fast menschenleeren Park durchquerte, fiel ihm etwas ins Auge. Auf einer der Bänke saß eine kleine, bewegungslose Gestalt, die fast von einer abgenutzten und schmutzigen Decke bedeckt war. Michael blieb einen Moment lang stehen und runzelte die Stirn. Wer sollte um diese Zeit und in dieser Kälte hier sein? Sein Instinkt als Priester sprach lauter, also näherte er sich langsam, aus Angst, die geschrumpfte Gestalt zu erschrecken. Je näher er kam, desto deutlicher konnte er erkennen, dass es sich um einen etwa zehnjährigen Jungen mit dunklem, wirrem Haar, schmutzigen Wangen und halbgeschlossenen Augen handelte, der ihn misstrauisch ansah. Hallo mein Sohn, sagte Michael mit ruhiger, freundlicher Stimme und beugte sich zu dem Jungen hinunter. Es ist kalt, stimmt's? Der Junge nickte nur, ohne ein Wort zu sagen, aber sein aufmerksamer Gesichtsausdruck zeigte, dass er bereit war, bei jedem Anzeichen einer Bedrohung wegzulaufen. Michael versuchte es erneut. Mein Name ist Michael. Ich bin Priester in der Gemeinde hier in der Nähe. Er lächelte, in der Hoffnung, dass dies die Spannung abbauen würde. Wie ist Ihr Name? Wie ist Dein Name? Nach einem kurzen Schweigen antwortete der Junge mit heiserer, tiefer Stimme. Ethan Michael bemerkte die dünnen, kalten Hände des Jungen, die die zerrissene Decke fest umklammerten. Etwas in seinem Blick signalisierte mehr als nur Müdigkeit und Kälte. Es war ein Blick, der eine Geschichte verriet, die zu schwer war für jemanden, der so jung war. Ethan? Bist Du allein? Wo ist Deine Familie? Der Junge wandte den Blick ab und fühlte sich sichtlich unwohl. Nach einem Moment des Zögerns antwortete er flüsternd, Ich habe kein Zuhause. Ich brauche keine Unterkunft, sagte er, fast wie eine automatische Antwort, mit einem abwehrenden Ton, der bereits an ähnliche Fragen gewöhnt war und der Hilfe von Fremden misstrauisch gegenüberstand. Michael verspürte einen Anflug von Traurigkeit und Mitgefühl. Obwohl er vorsichtig war, wurde ihm klar, dass Ethan für ihn immer noch ein unbekannter Erwachsener war, der vielleicht nicht verstand, wie es war, auf der Straße zu leben. Aber der Priester war entschlossen. Irgendetwas in dem Jungen bat stillschweigend und unausgesprochen um Hilfe. Hör zu, Ethan. Ich will Dich zu nichts zwingen, sagte er, seine Stimme war nun tiefer und fast väterlich. Ich mache mir nur Sorgen. Vielleicht kann ich Dir eine warme Mahlzeit anbieten, einen Ort zum Aufwärmen, nur für heute Nacht. Ethan blickte ihn mit einer Mischung aus Neugier und Widerstand an, sagte aber nichts. Michael spürte, dass es vielleicht nicht darum gehen würde, Ethan sofort zu überzeugen, sondern sein Vertrauen nach und nach zu gewinnen. Er wusste, dass es für den Jungen die größte Herausforderung sein könnte, Hilfe anzunehmen. Aber Michael war bereit, es zu versuchen. Das Schweigen zwischen ihnen dauerte ein paar Sekunden, bis Michael aufstand und versuchte, lässig zu klingen. Nun, ich werde in der Gemeinde sein, falls Du Deine Meinung änderst. Er lächelte leicht, doch bevor er sich abwandte, sah er zu, wie Ethan die Decke noch fester zog und sich an die Bank rollte, als wolle er sich vor der Welt schützen. Doch als Michael weggehen wollte, durchbrach Ethans tiefe, zögerliche Stimme die Stille. Und? Was wäre, wenn ich einfach gehen würde? Nur für heute? Michael drehte sich um, sein Herz klopfte, als er das kleine Zugeständnis des Jungen bemerkte. Aber natürlich! Keine Bedingungen, Ethan. Nur eine Nacht, in der Du Dich ausruhen und etwas Warmes essen kannst. Er wartete und reichte dem Jungen seine Hand, der sie mit einem Ausdruck zwischen Angst und Hoffnung betrachtete. Nach einem langen Moment stand Ethan auf, ignorierte Michaels Hand und folgte ihm mit langsamen, unsicheren Schritten. Als sie in der Pfarrkirche ankamen, wärmte das gemütliche gelbe Licht im Korridor die Atmosphäre und ließ Ethan blinzeln, als sei er an geschlossene Räume nicht gewöhnt. Der Geruch von frischem Brot und Kaffee erfüllte die Luft und mit einer raschen Bewegung führte Michael Ethan in die kleine Küche, in der die Kirche Mahlzeiten an Bedürftige ausgab. Michael schenkte eine Schüssel mit dampfender Suppe und ein großzügiges Stück Brot ein und stellte den Teller vor Ethan, der zögerte, bevor er den ersten Löffel nahm. »Wie lange ist es her, dass du etwas Warmes gegessen hast, Ethan?« fragte Michael, während er ihn beim Essen beobachtete. Der Junge wandte den Blick ab und zuckte mit den Schultern. »Ein paar Tage, denke ich.« »Ich weiß nicht.« Michael spürte ein enge Gefühl in seiner Brust. Für einen so jungen Jungen schien Ethan ein Misstrauen in sich zu tragen, das nur allzu typisch für jemanden war, der mehr Schwierigkeiten erlebt hatte, als er hätte haben sollen. Sobald er seine Mahlzeit beendet hatte, rieb Ethan sich die Augen, aber er schien sich nicht wohl genug zu fühlen, um ganz loszulassen. Mit einem vorsichtigen Ton schlug Michael vor. »Wenn du willst, kannst du dich auf einem der Betten ausruhen, die wir im Schlafraum haben. Es ist recht einfach, aber es ist warm und sicher.« Ethan schaute den Korridor hinunter, der zum Schlafsaal führte, in dem die Gemeinde an den kältesten Tagen Obdachlose unterbrachte. Nach einer langen Pause nickte er, fast atemlos, als müsste er akzeptieren, was sein Überlebensinstinkt ihm verwehrte. »Nur für heute.« »Ich werde morgen abreisen.« Michael nickte und versuchte, sich seine Besorgnis nicht anmerken zu lassen. Er wusste, dass das Versprechen von nur einer Nacht für Ethan vielleicht ein Weg war, sich vor Enttäuschungen zu schützen. »Nun gut. Nur für heute. Und ich verspreche, dass ich keine Fragen stellen werde, Ethan. Mach dir keine Sorgen.« Diese Zusicherung schien den Jungen zu beruhigen, der, immer noch schweigend, Michael in den Schlafsaal folgte. Michael öffnete die Tür und enthüllte ein ordentlich gemachtes Bett und eine neue Decke, die die Gemeinde gespendet hatte. Michael. Zur Überraschung des Priesters leuchteten Ethans Augen einen Moment lang auf. Er näherte sich dem Bett und berührte die Decke, als wäre sie etwas Seltenes, etwas zu Kostbares für einen Jungen wie ihn. »Danke,« murmelte er, fast unhörbar. »Schlaf gut, Ethan,« antwortete Michael und war dankbar für diesen kleinen Schritt nach vorn. Als er die Schlafzimmertür schloss, dachte Michael über den Jungen und all das nach, was seine stille Anwesenheit geweckt hatte. Er wusste, dass Ethan am Morgen verschwinden konnte, aber er wusste auch, dass er, wenn er blieb, die Möglichkeit haben würde, etwas in seinem Leben zu bewirken. Am nächsten Morgen wachte Pater Michael früh auf und war noch unruhiger als sonst. Als er durch die Gänge der Pfarrei ging, schlug sein Herz schnell, da er befürchtete, den Schlafsaal leer vorzufinden und zu wissen, dass Ethan bereits gegangen war. Als er jedoch die Schlafzimmertür öffnete, fand er den Jungen noch immer unter der Decke zusammengerollt, leise atmend, als wäre es die erste Nacht mit friedlichem Schlaf seit langer Zeit. Michael verspürte ein leichtes Gefühl der Erleichterung. Kurz darauf drang der Geruch von Kaffee und frischem Brot in den Raum. Es dauerte nicht lange, bis Ethan, der den Duftroch in der Küche erschien, die Augen noch halb geschlossen und mit misstrauischer Miene. Er trat langsam ein, als würde er sich auf gefährliches Terrain begeben. »Guten Morgen, Ethan«, sagte Michael und versuchte, nicht zu enthusiastisch zu klingen. »Konntest du dich ausruhen?« Ethan nickte und nahm sein Brot und seinen Kaffee mit leicht zitternden Händen entgegen. Immer noch misstrauisch blickte der Junge kaum auf, aber Michael gab nicht auf. Entschlossen ihm auf eine dauerhafte Weise zu helfen, begann er, in seinem Kopf einen Plan zu entwerfen. Ethan konnte nicht zurück auf die Straße gehen, zumindest nicht, solange es noch eine Chance gab, eine Alternative zu finden. Nach dem Essen beschloss Michael, das Thema mit Bedacht anzugehen. »Ethan, wenn du willst, kannst du noch ein paar Nächte hierbleiben, bis wir einen sicheren Ort für dich gefunden haben. Du musst nicht sofort gehen.« Ethan runzelte die Stirn und wandte den Blick ab, als ob Michaels Worte schwer zu verarbeiten waren. Seine Augen drückten den Zweifel von jemandem aus, der schon einmal Versprechungen gehört hatte und der auch enttäuscht worden war. »Ich mag keine Heime«, murmelte er mit leiser und zögerlicher Stimme. »Die Menschen dort, sie sind seltsam und sie stellen zu viele Fragen.« Michael nickte und erkannte Ethans Angst. Viele Heime waren überfüllt, schlecht organisiert und boten oft nicht die Art von Betreuung, die Kinder wie er wirklich brauchten. »Ich verstehe das. Ich werde dich nicht zwingen, irgendwo hinzugehen, wo du dich nicht wohlfühlst. Aber vielleicht finden wir eine andere Lösung. Wie wäre es, wenn du eine Weile hier bleibst, bis wir einen Ort gefunden haben, an dem du dich wohlfühlst?« Der Junge sah weg. Ihm war sichtlich unwohl bei dem Gedanken, von jemandem abhängig zu sein. Aber Michael wusste, dass er im Moment keine andere Wahl hatte und Ethan schien das auch zu verstehen. Nach einem Moment des Schweigens seufzte er und nickte leicht. »Okay, aber nur für eine Weile, richtig?« sagte Ethan, als ob er eine feste Bedingung stellen würde, um das Gefühl zu vermeiden, die Kontrolle zu verlieren. Michael lächelte und spürte einen Funken Hoffnung. »Richtig. Nur für eine Weile. Und solange du hier bist, wird dir niemand irgendwelche Fragen stellen. Das verspreche ich.« Ethans Gesichtsausdruck entspannte sich ein wenig und er schien sich zum ersten Mal ein wenig sicherer zu fühlen. Nach dem Frühstück beschäftigte sich Michael mit den Aufgaben in der Gemeinde und beschloss, sich mit Rosa zu unterhalten, einer Freiwilligen, die immer bei sozialen Initiativen half. Sie hörte sich Ethans Situation aufmerksam an und ihr Gesichtsausdruck verriet sowohl Mitgefühl als auch Sorge. »Michael, wenn die Notunterkünfte keine Option sind,« begann Rosa nachdenklich. »Warum bleibt er nicht hier? Im Gemeindehaus selbst. Ihr habt Platz. Und ich kann ihm helfen, alles zu organisieren.« Michael wusste, dass der Vorschlag von Rosa vernünftig war. Die Pfarrei hatte die Möglichkeiten, den Jungen vorübergehend unterzubringen und mit Rosas Unterstützung konnten sie Ethan vielleicht die Sicherheit bieten, die er brauchte. Ohne Zeit zu verlieren, schmiedeten die beiden einen Plan, um Ethan ein eigenes Bett, saubere Kleidung und eine gemütliche Umgebung zu bieten, ohne den Druck der Heime. Später am Abend organisierten Rosa und Michael eine kleine Mahlzeit für Ethan und zum ersten Mal, seit er ihn kennengelernt hatte, sah der Priester eine Spur von Lächeln auf dem Gesicht des Jungen. Er war zwar immer noch misstrauisch, schien aber weniger angespannt zu sein. Gegen Ende des Abends näherte sich Rosa flüsternd Michael. »Vielleicht ist dies der sichere Ort, den er immer gesucht hat.« Und mit einem stummen Nicken stimmte Michael zu, entschlossen alles zu tun, damit Ethan nie wieder auf die Straße zurückkehren musste. In den nächsten Tagen arbeiteten Michael und Rosa gemeinsam daran, eine neue Routine für Ethan zu schaffen, zu der regelmäßige Mahlzeiten und einige leichte Aufgaben gehörten, damit er sich als Teil der Pfarrgemeinde fühlen konnte. Jeder kleine Erfolg war wie ein langsamer, vorsichtiger Schritt in Richtung Selbstvertrauen. Mit Rosas Hilfe gelang es Michael, Ethan in der Nachbarschule anzumelden. Als der Junge an diesem Morgen mit sauberer Kleidung und einem neuen Rucksack, den ein Gemeindemitglied gespendet hatte, zu seinem ersten Schultag erschien, sah er ganz anders aus, als der Junge, den Michael zusammengerollt auf der Parkbank gefunden hatte. Dennoch war die Angst in seinen Augen zu erkennen. Auf dem Weg zur Schule schaute sich Ethan ständig um, als ob er immer darauf wartete, dass etwas Schlimmes passierte. Michael bemerkte die Nervosität des Jungen und versuchte ihn zu beruhigen. »Es wird alles gut, Ethan«, sagte Michael in einem ruhigen Ton. »Die Schule ist ein sicherer Ort. Und du wirst Freunde finden. Das verspreche ich dir.« Ethan sah ihn mit einem Ausdruck an, in dem sich Zweifel und Hoffnung mischten. Stumm nickte er, schien aber nicht ganz überzeugt zu sein. Als sie ankamen, erwartete Rosa sie bereits an den Toren und schenkte ihnen ein warmes Lächeln, das Ethan zu beruhigen schien. Sie führte ihn in das Gebäude, wo sie vom Schulleiter empfangen wurden, der bereits von der Gemeinde über die Situation des Jungen informiert worden war. Der Rektor schüttelte Michaels Hand und beugte sich dann auf Ethans Höhe hinunter. »Willkommen, Ethan. Hier kannst du sein, wer immer du willst«, sagte er mit einladender Stimme. Ethan schien Mühe zu haben, die Worte zu verarbeiten, aber er nickte schüchtern. Bevor er sich verabschiedete, legte Michael ihm die Hand auf die Schulter, um ihn zu ermutigen. »Ich werde hier auf dich warten, wenn der Tag zu Ende ist. Wenn du etwas brauchst, weißt du ja, wo du mich findest, oder?« Der Junge nickte noch einmal und folgte Rosa zögernd den Korridor hinunter. Als er sich zum Gehen wandte, spürte Michael einen Stich der Unsicherheit in seiner Brust, beschloss aber darauf zu vertrauen, dass die Schule eine sichere und positive Umgebung für Ethan sein würde. Als Michael am Ende des Nachmittags zurückkehrte, um ihn abzuholen, fand er den Jungen auf der Bank im Hof sitzend vor, ein Notizbuch in der Hand und mit distanziertem Blick. Beim Anblick des Priesters stand Ethan auf und ging zurückhaltend auf ihn zu. »Wie war dein erster Tag?«, fragte Michael mit einem ermutigenden Lächeln. Ethan zuckte mit den Schultern, aber seine Augen leuchteten leicht auf, während er sein Notizbuch hielt. »Die Lehrerin. Sie hat uns heute Gitarre spielen lassen. Ich. Ich habe es geschafft, ein paar Noten zu machen. Sie sagte, ich hätte Talent.« Michael spürte eine Welle der Freude, als er diese Worte hörte. Es war das erste Mal, dass er sah, dass Ethan Begeisterung zeigte, wenn auch nur schüchtern. Ein musikalisches Talent könnte für den Jungen eine Möglichkeit sein, sich auszudrücken und einen Sinn zu finden. Etwas, das er schon sehr früh verloren zu haben schien. »Das ist erstaunlich, Ethan«, rief Michael mit aufrichtiger Begeisterung aus. »Wie wäre es, wenn du mehr üben würdest? Wenn du willst, kann ich versuchen, eine Gitarre für dich zu leihen. Auf diese Weise kannst du weiterspielen.« Der Junge schaute ihn überrascht an, als wäre dieses Angebot etwas Unglaubliches. Seine Augen blitzten kurz auf, bevor er mit einem schnellen Nicken antwortete. An diesem Abend setzten sich Michael und Rosa mit dem Musiklehrer der Schule in Verbindung und besorgten Ethan mithilfe einer kleinen Spende aus der Gemeinde eine Gitarre. Als sie sie dem Jungen überreichten, schien er gerührt und wusste nicht, wie er seine Dankbarkeit ausdrücken sollte. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll«, murmelte er und streichelte die Gitarre mit zitternden Händen. »Spiel sie einfach, Ethan«, antwortete Michael. »Spiel und sei glücklich.« In den folgenden Tagen hallte der Klang der Gitarre durch die Gemeinde, als wäre Ethans Musik eine stille Antwort auf die Güte, die ihn gefunden hatte. Die Nachricht von Ethan verbreitete sich bald in der Gemeinde und die Geschichte des gitarrespielenden Jungen, der in einer kalten Nacht im Park gefunden worden war, berührte die Herzen der örtlichen Gemeinschaft. Die Kirche erhielt daraufhin diskrete Spenden von Mitgliedern, die sich von Michaels Bemühungen um den Jungen berührt fühlten. Es handelte sich um Säcke mit Kleidung, Schulmaterial, einigen Büchern und sogar Vorräten für die Gemeinde, die Michael zur Verbesserung von Ethans Zustand verwendete. Eines Abends, nach dem Abendessen, betrachtete Ethan die Spenden, die auf einem Regal standen. Rosa, die gerade durch den Korridor ging, sah ihn mit nachdenklicher Miene dastehen. »Was ist los, Ethan?«, fragte sie, trat näher und berührte leicht die Schulter des Jungen. Ethan schaute auf die Taschen und dann auf Rosa und zögerte. Schließlich sprach er in einem fast unhörbaren Ton. »Warum... warum helfen mir all diese Leute? Sie kennen mich doch gar nicht.« Rosa lächelte zärtlich und beugte sich zu ihm hinunter. »Weil du etwas Besonderes bist, Ethan. Und manchmal brauchen die Menschen einfach eine Chance, um dir zu zeigen, wie sehr sie dich mögen.« Er schwieg einige Augenblicke und nahm ihre Worte in sich auf. Dann veränderte sich etwas in seinen Augen, als würde er etwas Wichtiges beschließen. »Ich möchte etwas zurückgeben«, sagte Ethan mit Entschlossenheit. »Kann ich für sie Gitarre spielen?« »Vielleicht macht es sie glücklich, so wie es mich glücklich gemacht hat.« Rosa lächelte, gerührt von der Aufrichtigkeit des Jungen. »Ethans Idee, aufzutreten, war für sie ein Beweis dafür, dass er begann, sich als Teil der Gemeinschaft zu fühlen, und diese Initiative musste gefördert werden.« »Ich glaube, es würde ihnen gefallen«, antwortete Rosa mit leuchtenden Augen. »Wisst ihr was? Dieses Wochenende haben wir hier in der Gemeinde eine Veranstaltung. Wie wäre es, wenn wir ein Lied spielen? Ich bin sicher, es wird allen gefallen.« Der Junge nickte, zögernd, aber sichtlich aufgeregt. Zum ersten Mal schien er zu glauben, dass seine Musik einen Wert hat und dass er zu etwas Größerem beitragen kann. Am Wochenende war die Gemeinde voll von Stimmen und Gelächter. Die Gemeinde hatte sich zu der Wohltätigkeitsveranstaltung versammelt, und der Innenhof war mit bunten Lichtern, Tischen voller Süßigkeiten und heißer Getränke und einer einladenden Energie geschmückt, die die Herzen aller Anwesenden erwärmte. Als Ethan an der Reihe war, betrat er die kleine, improvisierte Bühne und hielt seine Gitarre mit ruhiger Hand, doch sein Gesicht zeigte eine Mischung aus Nervosität und Aufregung. Michael und Rosa, die in der ersten Reihe saßen, schenkten ihm ein aufmunterndes Lächeln, dass Ethan das nötige Selbstvertrauen zu geben schien. Er holte tief Luft und begann zu spielen. Die ersten Töne erfüllten die Luft, und schon bald verstummten alle und lauschten jedem Akkord, als wäre es ein Gebet. Die Musik floss sanft, aber intensiv, als hätte Ethan alle Gefühle, die er seit Jahren in sich trug, in jeden Ton gelegt. Als das Stück zu Ende war, herrschte eine emotionale Stille im Raum, bevor ein Applaus ausbrach, der durch den Innenhof hallte. Ethans Gesichtsausdruck, als er den Applaus hörte, war ein Ausdruck reinen Erstaunens, so als könne er kaum glauben, dass das alles für ihn war. Er schaute zu Michael, der stolz nickte. Nach der Aufführung kamen viele Gemeindemitglieder auf ihn zu, um ihn zu beglückwünschen, und Ethan, immer noch unbeholfen, lächelte jedem schüchtern zu. Dieser Abend war ein Meilenstein für ihn, der Beginn einer neuen Phase, in der er sich als Teil von etwas Größerem sah. Michael sah aus der Ferne zufrieden zu, aber er wusste, dass dies erst der Anfang eines hoffentlich langen Weges für den Jungen sein würde. Ein paar Tage nach dem Ereignis erhielt Michael einen unerwarteten Anruf von einer Sozialarbeiterin. Sie teilte ihm mit, dass man bei einer kürzlich durchgeführten Suche eine enge Verwandte von Ethan ausfindig gemacht hatte. Seine Tante Sarah, die seit Jahren nach ihm gesucht hatte. Michael, der eine Mischung aus Freude und Besorgnis verspürte, beschloss dem Jungen die Nachricht, schonend zu überbringen. Ethan, ich habe eine wichtige Nachricht für dich, begann Michael, als der Junge ihn neugierig ansah. Sie haben deine Tante Sarah gefunden. Sie freut sich darauf, dich zu sehen. Ethan schwieg, um die Nachricht zu verarbeiten, und sein Gesicht zeigte eine Mischung aus Angst und Hoffnung. Michael, der die Zeit des Jungen respektierte, versicherte ihm, dass er in der Gemeinde immer ein Zuhause haben würde, unabhängig von seiner Entscheidung. Ein paar Tage später begleitete Michael Ethan zu einem Treffen mit Sarah. Als sie ihn sah, lief sie mit Tränen in den Augen auf ihn zu, und der Junge, obwohl er schüchtern war, erwiderte die Umarmung, und so begann eine emotionale Familienzusammenführung. Die Jahre vergingen, und Ethan wuchs in der Obhut und mit der Unterstützung von Michael und Sarah auf, die in engem Kontakt blieben. Nach seinem Abschluss an der Highschool wurde Ethan eingeladen, eine Rede in der Gemeinde zu halten. Voller Emotionen dankte er Michael, Rosa und allen Gemeindemitgliedern und machte deutlich, wie wichtig alle für sein Leben waren. Ihr habt mir ein Zuhause und einen Sinn gegeben, und heute bin ich ein neuer Mensch, weil ihr alle da seid, erklärte Ethan und rührte alle Anwesenden. Inspiriert von seinen Erfahrungen beschloss Ethan, Musik und Psychologie zu studieren und mit obdachlosen Kindern zu arbeiten. Er versprach Michael, dass er immer wieder in die Gemeinde zurückkehren würde, um einen Beitrag zu leisten und die Liebe, die er erhalten hatte, zurückzuzahlen, und beendete seine Rede mit einem letzten Dank an die Gemeinde, die ihm eine Zukunft gegeben hatte. Gescherته Verscharges Gescher Verscharges Verscharges Untertitelung des ZDF, 2020